Keine Blutabnahmen mehr zur Verbesserung Ihrer Gesundheit. Die Berliner Charité hat ein revolutionäres Überwachungsgerät auf den Markt gebracht. Stecken Sie einfach Ihren Finger in den Clip und erhalten Sie innerhalb von 5 Sekunden das Ergebnis mit einer Genauigkeit von bis zu 99,900% und garantierter Qualität. Heute gibt es eine Sonderaktion, die ersten 100 Kunden können sich über zwei Einheiten für nur 49 Euro freuen. Dieses Gerät ist klein und tragbar, ideal für ältere Menschen und Kinder und kann Ihren Gesundheitszustand rund um die Uhr überwachen. Auf dem oberen Display sehen Sie Ihren Blutzuckerspiegel, der bei etwa 95 liegt. Nachfolgend wird Ihre Herzfrequenz angezeigt, der Normalwert liegt bei etwa 60. Das Gerät verwendet professionell importierte Chips, hochwertige Sensoren und modernste Algorithmen zur automatischen Kalibrierung, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das Gerät verwendet professionell importierte Chips, hochwertige Sensoren und modernste Algorithmen, um die Uhr überwachen, um die Uhr überwachen, um die Uhr überwachen, um die Uhr überwachen, um die Uhr überwachen.